Im Krieg kämpft Tamsung mit Schild, Schwert und Speer gegen David mit seiner Schleuder. Sie wissen nicht, dass Krieg heute ein Wettstreit der Schornstein ist. Ein Kampf von Treibrad und Maschine, von gesplittertem Stahl und giftigem Gas in geschmolzenen Lungen. Als wir diesen Graben anlegten, gruben wir nicht nur Erde aus, sondern Beine, Arme, Schädel, Helme. Und die Trümmer dieses mächtigen Ringens, das ist die Realität, der wir uns heute stellen müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und, wir lauten unsere Befehle! Das ist die Sektor. Das ist die Sektor. Das jetzt! Jetzt! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es! Sie dürfen dieses Ziel nicht geben, verteidigt es! Verteidig das Ziel! Verteidig das Ziel! Wir müssen dieses Ziel verteidigen! Verteidig das Ziel! 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 Wir haben den Objektivverteidigen! Weichlicher Soldat gesichtet! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten! Erobert das Ziel dort! Wir haben den Objektivverteidigen! Wir haben den Objektivverteidigen! Aufpassen! Feindlicher Soldat! Seht ihr? Das ist einer ihrer Soldaten! Das ist einer ihrer Soldaten! Stopp! Stopp! Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann! Ausatmen! 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 Vorsicht! Das ist einer ihrer Soldaten! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten! Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es! Wir werden das Ziel erobern! Soldaten, da drüben! Objektiv Butter! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen! Verteidigt es! We have lost Objective Apples! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! We have taken Objective Apples! Halt dieses Ziel! Halt dieses Ziel! We have defeated the Americans! We can be proud of ourselves! Our country! Our great Empire! Back home they will be singing our praises in the streets! One can only speculate what might have happened if the German army had successfully defeated the Mews-Argon Offensive. After four years of war, the will of the German people was breaking and its empire collapsing. With American troops still arriving in Europe, an Allied victory would still have been likely. An Allied victory would still be the greatest victory! To be continued... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020